Musik Komm, ich lass mir mal kurz helfen. So muss ich doch woanders hin. Hm, ist das doch irgendwie, aber... Hier im Feuer? Moment, mein Ohr juckt schon wieder. Hm, oder so, die Hilfe hat mir auch nicht so viel gebracht, außer das zu bestätigen, was ich ja schon wusste. Ah, so funktioniert das auch. Ich hab da gerade hingeguckt, weil... Wolle ich erst mal sehen, wie das funktioniert, aber das hat mir jetzt auch nicht... Hm... Dein Vogelscheuche, hilf mir doch. Ich... Ach, nee, oder? Ja... Es tut mir leid, ich werde versuchen, die Hilfe nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Das ist doch jetzt peinlich. Ja, wie funktioniert das jetzt? Ich hab den Schlüssel, muss ich erst irgendein... Verwandle den Schlüssel und öffnet die Elemente... Verwandle? Ähm... Ähm... Ich hab hier den Schlüssel, sag mir doch mal... Äh... Verwandle? Verwandle? Hä, hä, hä? Hm... Nein... 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 Äh... Äh... Der hat's Feu... Ah, jetzt ist es der... Feu... Feuerschlüssel, was? Okay... Also was war das? Feuer, Wasser, Luft und Erde? Ich habe ein Feuerschloss geöffnet. Okay, aber... Äh... Jetzt brauche ich noch... Wasser, Luft... Luft? Kriege ich denn Luft? Hier ist Wasser. Ich hab das Wasserschloss geöffnet... Kann ich Luft dann einfach in die Luft? Nee... Hier an die frische Luft... Nein... Äh... Ja, da... Muss ich denn da nicht... Huch... Hier irgendwie ins Gestrüpp... Nein... Hier Luft... Ah, hier ist es windig... Ja, ich bin geknurrt... Nee... Hallo... Nein, das wollte ich gar nicht... Erde... Erde... Hier ist doch ein Haufen Erde... Oder hier Erde... Irgendwie... Da... Erde... Sehr schön... Was brauche ich bloß noch... Luft... Hä... Luft... Es muss ja dann auch irgendeine etwas auffälligere Stelle sein, oder? Nein... So funktioniert es schon mal nicht... Nein... Ja... Ähm... Was kann ich denn noch so sagen? Äh... Ja... Ich... Finde... Die... Settings hier irgendwie toll... Kann ich das ver... Auf... Putzen... Nein... Da... In die Suppe rein... Nein... Hätte ich den Suppenschlüssel gehabt... Vielleicht hätte das ja auch was gebracht... Und... An die Dinger kann ich das auch nicht dran machen, ne? Das hier sieht so verdächtig aus... Aber da kann ich nichts machen... Ich habe jetzt eigentlich in jedem... Bild... Was machen können... Hier hatte ich das Feuer... Hier hatte ich das Wasser... Aber woanders komme ich nicht hin... Und hier kriege ich irgendwie keine Luft... Obwohl hier eine haufenweise Luft ist... Und... Es ist eigentlich überall Luft... Aber ich kriege hier keine Luft... Da Luft... Ach komm schon... Ah... Sehr schön... Weil... Weil... Die andere Luft war nicht gut genug... Die... Wo so in der Luft hing... Die war nicht gut... Der Luftschloss ist geöffnet... Sehr schön... Und jetzt dürfen wir da rein... An deiner Stelle würde ich nicht durch diese Tür gehen... Ich muss die Köchin der Herzögin suchen... Egal wie gefährlich es da draußen ist... Die Königin hat den meisten Kaninchen befohlen dich zu suchen... Und wehe wenn er dich findet... Warum denn? Was habe ich denn getan? Ich muss Susi finden... Egal wie gefährlich es ist... Susi ist da... Du musst die Köchin finden... Huch... Ich wollte nicht rausgehen... Ah... Mist... Achso... Gehe ich automatisch... Ah... Kapitel 6... Die Tee-Party... Hooray... Hallo... Ich heiße Rachel... Wunderbar... Du kommst genau rechtzeitig zur Tee-Party... Moment... Moment... Wo ist denn das ganze Geschirr hin? Bevor du Tee trinken kannst... Musst du das Geschirr finden... Warum ausgerechnet ich? Siehst du etwa eine andere Person... Die das machen könnte? Nein? Gut... Dann hätten wir das ja wohl geklärt... Ach ja... Der verrückte Hutmacher... Yay... Das... Ich muss jetzt das ganze Geschirr hier zusammensuchen... Na... Zettel? Nein... Tasse... Was brauche ich denn? Tasse... Tasse... Und... Irgendwas... Viereckiges... Das müsste auch alles hier sein... Wenn ich jetzt hier zurückgehe... Komme ich dann wieder... Ja... Komm ich... Brett... Glaube ich... Tee-Kanne... Gehen... Tee-Tasse... Jetzt brauche ich noch eine Tee-Tasse... Hätte mich nicht gewundert... Wenn er es auf Kopf gehabt hätte... Kopf gehabt hätte... Na komm... Noch eine Tee-Tasse... Na... Hop... Auf... Ich brauche... Ich brauche... Eine Tee-Tasse... Ja... I'm so very good at... Englisch... Nobody is besser... Nein... Das ist keine Tee-Tasse... Ach... Der Zettel sieht ja auch so verdächtig aus... Aber der Zettel ist keine Tee-Tasse... Das weiß ich auch... Hm... Noch eine... Weiße... Tasse... Kann ja nicht... So schwer sein... Deinen Häusern... Es sind nicht... Was kann ich da rein? Cool... Da ist noch eine Raupe... Hier kann ich aber noch nicht sprechen... Und hier ist auch nicht meine letzte Teetasse drin... Und hier oben im Baum... Da ist er doch... Sehr schön... So... Da... Hier ist das Geschirr, mein Herr... Ausgezeichnet... Und nun zum Tee... Ein Stück oder zwei... Nein, danke... Ich trinke meinen Tee immer ohne Zucker... Nein, nein... Ich will doch nur wissen, ob du ein oder zwei Stück Tee möchtest... Eigentlich bin ich hier, weil ich die Köchin der Herzlichen suche... Du suchst mich? Warum suchst du mich? Ich bin hier, weil ich dich bitten möchte... Zur Herzogin zurückzukehren... Und wieder für sie als Köchin zu arbeiten... Seitdem du weggegangen bist... Schuftet ein kleines Mädchen für die Herzogin... Und ich möchte das Mädchen befreien... Nur zu gerne, meine Liebe... Auf diese ewigen Tee-Partys... Auf dieser ewigen Tee-Party geht es mir zu verrückt zu... Mir sind jedoch sämtliche Kochgeräte abhanden gekommen... Auch was für ein Zufall... Es wäre mir eine Freude, dir beim Suchen zu helfen... Natürlich wäre es mir das... Weil ich habe ja sonst nichts anderes zu tun... War der Kerzenständer schon immer da? Huh... Sehr seltsam... Sehr, sehr seltsam... Was brauche ich eigentlich? Ich klicke hier einfach mal rum... Und nehme das, was ich denke... Was ich brauche... Löffel, Messer, Pfeffersalz... Schneidebrett... Schieb... Ein Schieb... Brauche mal ein Sieb und einen Topf... Löffel... Messer... Hals und Pfeffer... Hast du die Pfeffer... Das da? Nein... Da ist noch ein Topf... Da ist das Brett... Jetzt brauche ich noch Pfeffer... Und das Salz habe ich irgendwie gefunden... Rein aus Versehen... Und ein Sieb... Das ist ein Ventilator... Da ist ein Sieb... Huh... Pfeffer... Das sieht mir ja wie eine Pfeffermühle irgendwie... Oh... Schon wieder ein Mikro... Entschuldigung... Wie eine Pfeffermühle aus... Da ist Pfeffermühle... Sehr schön... Das ist ein Krempel... Und jetzt ab mit dir... Bitte sehr... Ich habe deine Kochgeräte gefunden... Hervorragend... Aber da wäre noch etwas... Was denn noch? Noch etwas? Was denn? Ich kann nicht kochen, wenn ich keine Uniform trage... Aber du trägst... Aber trägst du nicht? Egal... Ich kümmere mich doch... Ja... Und die Sachen finde ich nicht hier... Wo finde ich die denn?